Jo, hallo, hier ist man wieder der Kai-Huwe. Was soll denn der Scheiß hier oder was? Es ist zwar verständlich, aber es ist unmöglich, ja. Und wir können uns hier nicht gerne umbringen oder irgendwas, ja. Was soll man denn mit einer Bürgerwehr oder irgend sowas? Oder mit irgendwelchen radikalen Gruppen wie der IS oder so. Irgendwelche Gruppierungen, die uns doch nur eher der Demokratie schaden. Ich fordere mehr Demokratie. Und ich will, dass sie friedlich miteinander leben, die Menschen. Und das ist übrigens mein Management auch. Das ist nämlich der Ralf und meine Frau, ja. So, wer will hier friedlich die Probleme erlösen? Mit Gewalt kommen wir hier nicht weiter. Aber unter Drücke müssen wir uns Deutsche auch nicht lassen. Ich kann nicht alle Rechte, alle Rechte nehmen und keine Pflicht erfüllen. Tony Blair, wenn ich mit dem Meteor da nicht im Stand war. Aber er hatte Recht. Ich kann nicht alle Rechte gebrauchen und keine Pflicht erfüllen. Ich erinnere an Tony Blair. Danke, meine Damen und Herren. Ciao.